Die vor uns liegenden Probleme können wir nur gemeinsam lösen. Wenn wir nun daran denken, wie der Turmbau zu Babel gescheitert ist, nämlich weil die Menschen ihre gemeinsame Sprache verloren haben, so müssen wir heute feststellen, dass wir diese gemeinsame Sprache erst finden müssen. Gemeinsam verwendete Begrifflichkeiten mit gemeinsam identisch verstandenem Wortinhalten, dies ist die Voraussetzung für interdisziplinäre Kommunikation. Und eine präzise Sprache ist natürlich auch Voraussetzung für eine präzise und korrekte Beschreibung des Problems, die ihrerseits wieder Voraussetzung für die Lösung ist. Es geht also um ein gemeinsam verstandenes Sprechen. Begriffe wie erneuerbaren Energien sind dabei untauglich. Man kann Energie nun einmal nicht erneuern. Untauglich wie der Begriff virtuelles Wasser, von dem neuerdings so viele Fachleute sprechen. Genauso untauglich wie der Begriff dekarbonisieren. Jeder von uns besteht in seinen wichtigsten Bestandteilen auch aus Karbon. Welch unselige Idee also, uns zu dekarbonisieren, wäre es nicht einfach und klüger zu sagen, dass wir das Emittieren von Kohlendioxid in die Atmosphäre vermeiden wollen. Das versteht dann jeder. Herr der Berrikrijer von Kohlendioxid wurde das.